In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die wichtigsten Logarithmusgesetze dafür verwenden kann, Terme zu vereinfachen. Und zwar, ich werde mich an dieser Stelle nur auf den natürlichen Logarithmus beziehen, kurz gesagt ln, der auch am wichtigsten für eine Abschlussprüfung ist. Bevor wir zu dieser Regeln oder Gesetze gehen, ein kurzer Hinweis. Was ist eigentlich ln? Na ja, ich habe es schon vorher erwähnt, das heißt natürlicher Logarithmus. Und das steht, wie oben rechts eingeblendet, als eine Abkürzung für Logarithmus in Basis e. Es gibt in der Regel fünf Sachen, die ihr euch merken müsst. Es sind nicht alle Gesetze, manchmal sind es auch nur besondere Werte oder andere Sachen, aber diese fünf Sachen sollten für Terme und Formen bekannt sein. In erster Reihe. Logarithmus aus u mal v. Das heißt übersetzt, wenn wir im Logarithmus ein Produkt aus zwei Termen haben, können wir diesen Logarithmus zerlegen in eine Summe aus zwei einzelnen Logarithmen. Also entsprechend ln u plus ln v. Zweitens, ln von u durch v. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was hier passiert. Wenn aus dem Malzeichen ein Pluszeichen wird, dann wird natürlich aus dem Geteilzeichen ein Minuszeichen. Also das heißt dann ln u minus ln v. Drittens, ln von a hoch b. Das heißt, wenn wir mit einem Logarithmus eine Hochzahl haben, dann können wir diese Hochzahl einfach vor dem Logarithmus ziehen, also einfach hier nach vorne bringen, mit dem Malzeichen und die Umformung lautet dann b mal ln von a. Viertens, sieht nicht so schön aus, aber ist eine sehr wichtige Umformungsregel. Es ist eigentlich die Regel, nachdem sich e und die ln-Funktion gegenseitig aufheben sozusagen. Weil es ein bisschen schwerer zu verstehen ist, werde ich jetzt gleich daneben ein Zahlenbeispiel zeigen. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter zu folgen. Also, anhand der Farben könnt ihr, glaube ich, die Buchstaben und die Zahlen zueinander zuordnen. Das heißt für uns, bei der Formel a ist in unser Term 2 und b ist eine 3. Nach der Formel wird ja daraus b hoch a, also entsprechend 3 hoch 2. Und 3 hoch 2 ist natürlich 9. Okay, man kann es auch eine sehr seltsame Weise nennen, wie man die Zahlen 9 ausdrücken kann, ist allerdings eine nützliche Formel. Und am Ende noch zwei besondere Werte des Logarithmus. Und zwar einmal ln1 ist gleich 0 und zweitens lnE ist gleich 1. Diese Regeln oder Gesetze werden wir jetzt nehmen und damit die Beispielaufgaben lösen. Und das hier ist die erste Runde Aufgaben. Also, wir sollen mit Hilfe des Logarithmus vereinfachen. Zur Erinnerung, das sind jetzt die Regeln, die wir vorher angeschaut haben. Und die werden wir jetzt versuchen hier anzuwenden. Fangen wir mit der ersten Aufgabe an. Da sollte euch schon auffallen, dass dieses E eine Hochzahl hat in dem Logarithmus. Das bedeutet, Regel Nummer 3 greift zu. Die 4 geht nach vorne. Und dann haben wir 4 mal ln von E. lnE ist ein besonderer Wert. Und zwar, wenn ihr unten schaut, lnE ist 1. Also, das hier ist eine 1. Dann haben wir eigentlich nur noch 4 mal 1 und das sind natürlich 4. Bei der zweiten Aufgabe sieht das Ganze ein bisschen nerviger aus, wegen der Wurzel. Zur Erinnerung, hier an der Seite, eine normale Wurzel, zum Beispiel nehme ich jetzt wieder Wurzel E, besitzt zwei unsichtbare Hochzahlen sozusagen. Einmal beim E steht eine E hoch 1 und die normale Wurzel ist natürlich, heißt auch quadratische Wurzel, deshalb steht hier eine unsichtbare 2. Und jede Wurzel kann man als rationale Hochzahl hinschreiben, das heißt Bruchhochzahl, und zwar auf die Weise. Also, die Hochzahl vom E geteilt durch den gerade Wurzel. Das hilft uns auch hier weiter. An der Stelle können wir dann einfach schreiben ln von E hoch 1,5. Und dann können wir wieder die dritte Regel anwenden. Das heißt, 1,5 wandert nach vorne. Dann haben wir nur noch lnE. lnE ist natürlich wieder 1 und 1,5 mal 1 ist natürlich 1,5. Bei der nächsten Aufgabe, oder Aufgaben, gibt es sogar mehrere Weisen, an die Sache dran zu gehen. Eine Möglichkeit wäre hier, zum Beispiel, diese zwei E-Terme erstmal zusammenzufassen. Das heißt, wir haben dann ln und E hoch 2 mal E hoch 4 sind natürlich zusammengezählt E hoch 6. Und spätestens jetzt könnt ihr wieder die 6 nach vorne bringen. Also, wir haben dann entsprechend 6 mal ln von E. lnE wäre wieder 1, also Ergebnis lautet 6. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir haben hier die Möglichkeit, unser ersten Gesetz anzuwenden. Also, wir zerlegen diese Produkte in eine Summe von Logarithmen. Natürlich würde das, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also, wir haben dann lnE hoch 2 plus lnE hoch 4. Und erst jetzt können wir Nummer 3 anwenden und die Hochzahlen nach vorne bringen. Das bedeutet, wir haben dann entsprechend 2 ln von E plus 4 ln von E. Und wenn wir das zusammenfassen, lnE ist wieder 1, also 2 plus 4 sind natürlich wiederum 6. Also, so oder so kommt hier zum Ziel. Geschmackssache, was man anwendet. Ich würde den ersten Weg nehmen, der ist ein bisschen kürzer. Und bei der nächsten Aufgabe genau das Gleiche. Wir können es entweder als Summe zerlegen oder wir können auch hier das Ganze zusammenfassen. Lasst euch nicht verwirren wegen dieser x. Man kann es trotzdem schreiben als e hoch x minus 2 auf den Exponenten. Und dann, natürlich kann man diese x minus 2 nach vorne bringen. Also, wir hätten dann x minus 2 mal ln von E. lnE ist wieder 1, also unser Ergebnis lautet dann einfach nur x minus 2. Und auch bei den nächsten zwei Aufgaben gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze bearbeiten kann. Ich nehme wieder zuerst die Kürzesthemen. Das bedeutet, wenn ihr euch an den passenden Potenzgesetz erinnert, dann könnt ihr dieses e hoch 3 nach oben ziehen im Zähler. Dadurch ändert sich nur das Vorzeichen bei dem Exponenten oder beim Hochzahl. Dann habt ihr entsprechend e hoch minus 3. Die minus 3 kann man natürlich wieder vor dem Logarithmus ziehen. Dann haben wir minus 3 mal ln von E. Und das ist natürlich wieder zusammengefasst minus 3. Oder wir können Nummer 2 anwenden. Nummer 2 sagt uns, dass wir das Ganze eigentlich zerlegen können in eine Differenz von Logarithmen. Also entsprechend hätten wir dann ln1 minus ln von E hoch 3. Dann ln1 ist dieser besondere Wert hier, und zwar 0. Und ln von E hoch 3, die 3 kann wieder nach vorne. Dann haben wir minus 3 mal ln von E. Und weil lnE wieder 1 ist, lautet unser Ergebnis erneut minus 3. Bei der letzten Aufgabe hier würde ich auch zuerst vorschlagen, bevor man zu viele Regeln, Zerlegungsregeln anwendet, das Ganze zusammenzufassen. In erster Reihe können wir uns das Ganze auch so vorstellen. Also wir können aus dieser zwei Terme nur einen Bruch machen. E hoch x plus 1 mal 1 sind natürlich E hoch x plus 1 durch E hoch 2. Und dann können wir diese zwei Terme miteinander verrechnen. Und zwar, es ist dann ln von E hoch x plus 1 und zwar minus 2 noch. Also so kann man die mit der entsprechenden Potenzregel verrechnen. Zusammengefasst hätten wir dann ln von E hoch x plus 1 minus 2 sind x minus 1. Und dieses x minus 1 kann man wieder nach vorne ziehen. Entsprechend haben wir dann x minus 1 mal ln von E. ln E ist natürlich wieder 1. Also bleibt nur x minus 1 übrig. Ihr seht ja, die Logarithmusregeln sind sehr stark verbunden mit der Potenzregel. Also es ist sehr vorteilhaft, wenn man auch die Potenzregel an dieser Stelle kennt. Und eine Runde Aufgaben habe ich hier noch vorbereitet. Und zwar fangen wir mit E hoch 2 mal ln von 5. Ich hoffe, das ist gut erkennbar. Es handelt sich hier um Nummer 4, was wir anwenden. Entsprechend haben wir dann einfach hier 5 hoch 2. Und das sind dann 25. So, bei den nächsten handelt es sich wieder um Nummer 4, obwohl es ein bisschen versteckter ist. Hier vorm ln könnt ihr euch auch natürlich eine 1 mal ln vorstellen. Dann ist ja klar, dass das Ganze ungeformt 3 hoch 1 bzw. 3 ist. Bei den nächsten zwei Aufgaben sind die Termine nur ein bisschen gewachsen. Im Prinzip ist es die gleiche Regel. Wir haben ein E hoch 2 mal ln von x plus y. Also, unser B in der Regel ist jetzt x plus y. Natürlich müssen wir die Klammern beibehalten. Und dann das Ganze hoch 2. Ja, man könnte auch jetzt mit einer binomischen Formel hier die Klammern auflösen. Aber ich lasse es erstmal so stehen. Und bei den nächsten müssen wir uns wieder eine 1 hier davon vorstellen. Und dann haben wir entsprechend 3x plus 1 hoch 1. Die Klammer ist ja sinnfrei, weil wir haben hoch 1. Deshalb können wir auch nur 3x plus 1 schreiben. Und die letzten zwei Beispielaufgaben. Einmal e hoch minus ln von 4. Also, das hier vor dem ln ist natürlich eine minus 1. Entsprechend hätten wir dann 4 hoch minus 1. Und zur Erinnerung ist ja nichts anderes als ein Viertel. Also, man kann dieser 4 hoch minus 1 wieder unter den Bruststich bringen. Dadurch wird der Exponent sozusagen positiv. Und ja, das nächste sieht einfach nur ein bisschen schlimmer aus. Ist aber im Prinzip das Gleiche. Wieder Regel Nummer 4. Und zwar haben wir dann praktisch ein Achtel hoch minus 1 Drittel. So, und auch wenn es jetzt Logarithmus schon aufgelöst ist, wir müssen diesen Term irgendwie noch ein bisschen schöner darstellen. Naja, wir könnten in erster Reihe sozusagen die Klammer auflösen. Das bedeutet, wir haben einmal 1 hoch minus 1 Drittel. Das ist natürlich 1. Und dann 8 hoch minus 1 Drittel. Negative Hochzahlen sind nicht so erwünscht. Deshalb können wir dieses 8 hoch minus 1 Drittel nach oben ziehen im Zähler. Dann wird es zu 8 hoch 1 Drittel. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an eine der ersten Aufgaben mit der Wurzel. Das ist ja natürlich nichts anderes als dritte Wurzel aus 8. Und dritte Wurzel aus 8 ist natürlich 2. Also ja, man kann das Ganze auch komplizieren. Aber ich denke mir, mit dieser Beispielaufgaben seid ihr schon ganz gut versorgt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang spielt natürlich noch die allgemeine Logarithmus. Gesetze in der Rolle für jede Basis, nicht nur für die Basis E. Dann lösen von exponentiellen Logarithmusgleichungen ist noch wichtig. Sowie die Eigenschaften der LM-Funktion. Damit meine ich Verhalten in unendlichen, Verschiebung, Streckung, Spiegelung. Außerdem ist es wichtig, die LM-Funktion ableiten zu können. Und mit Hilfe der LM-Funktion Stammfunktion zu bilden. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.